dann erkunde ich nicht den ganzen Tag, um eins in der Nacht bin ich schon wieder da um eins in der Nacht bist du wieder da, zum nächsten paar Glocket-Leak yeah wo plattformübergreifend gespielen, deaktiven, das ist wo plattformübergreifend, ja ähm, PC, gibt's auf jeden Fall geil, die kenn ich gar das ist wie die das erinnert mich an die alte Arena ein bisschen ah, die ist auch richtig cool ich flieg erstmal drüber alter, was war das denn tatsächlich, das ist die alte Arena einfach nur grafisch was, oh man aufgebessert boah, jetzt sieht man nochmal, ich hätte fast selber reingemacht und dann nein, ich flieg da so ganz, und dann weggekickt und ah, bam was, ah bam, er ist dabei, Kontakt nein 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 au, ich lande auf dem Dach Bicycle Kick geil, sogar noch vorgelegt alt alter, alter da geht, da geht, da geht da geht ich will das verändern können da fliegt nur wieder und jetzt BAM und jetzt Benji Alter 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 nein komm schon Bernie oh er ist nicht mehr zack kommt schon und Benji ist tot von Bernie getötet oh 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 so und zack oh, der ist gut der ist nicht gut der ist nicht gut der war gut, der war nur nicht ganz drin ganz gut geldi nö da bin ich nicht wow ich dachte schon sauber alter alter genau, alter alter zack da haben wir noch ein Torwart nein ah ah man kotzt mich an, dass es jetzt nicht so geklappt hat wie ich es mir vorgestellt habe alter ciao Benji na der war nicht so geplatziert naja ist ok komm 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 ja ja nein oh oh ah ah walt falscher dude nein ich bin zu schnell und zack so und nach innen damit los nach innen da kommt er nach innen er kommt nicht nach innen dabei geht er eben zu Markus wo ist oh Bernie schade man das ist doch scheiße wo ist wo ist der Benji Daddy das ist Benji entschuldigung oh fack oh fack oh ja los 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja war richtig wichtig war immens wichtig und er ist nicht schlecht und und benji returned sagt noch eine minute da sagt ihr benji ist eigentlich bernis bruder das spiel heimlich komm 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 ja nein let's slap jetzt nicht auskontern lassen los 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 jawohl nein 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 ich komm nicht ran nein mehr rego erst mal benji weggesombré rot keiner trifft ihn das spiel macht bock wir sollten uns die gruppe merken wer schubst mich da wieder die gruppe sollten uns auf jeden fall merken jawohl den haben war weg großartig hier fahrt ihr gerade viel über bernis bruders musikgeschmack und gold und nachspielzeit auch gold und gold dramatik ohne ende was sagt ihr wechseln danach die gruppe daniel yo yo nein no no yo je ne scheiße komm nein nein komm markus dankeschön das ist doch gar nicht es war einfach ein safe bam jo der passt erst mal benji wegkicken jetzt ist er erstmal safe von paar sekunden ganz im gegenteil jetzt ist er heiß boah da stand noch einer stirb einmal drehen jetzt mit voller kanne komm schon alter da hat spannung da hat spannung zum anfassen oh der ist gut der ist gut und der ist weg querschläger noch einer der ist nicht safe markus dankeschön das ist ein intensives toll mit dieser gruppe ja das ist echt ja das ist ein intensives toll mit dieser gruppe das ist ein intensives toll mit dieser gruppe was ihr das einmal sehen solltet ja auch ich hab eine gute Duelle gehabt oh ja macht Bock auf jeden Fall wir lieben danach die Gruppe und sagen das ist quasi bestoflich nein kommt den hat der Markus den hat der Markus natürlich hat den Markus den oh oh schade 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 ach fuck oh Mann da steht er noch mal schade Reisender alle Arjen gesehen Strike Vector X Antenne also hoppen wir jetzt oder was? jo machen wir seht ihr das hoppen wir auch mal in etwas größeren Ausmaßen so Garage was haben wir noch? haben wir neues? haben wir alle Karten? ne alle Karren haben wir nicht da sehen wir ein paar Karren so oh Flames oh cool aber ne so können wir den Lack ändern? können wir die Reifen ändern? können wir unsere Flammen ändern? was ist ein Hydro? ne Wasserkanone ja das ist ja geil Schmiermaxe Schmiermaxe und ein Pizzaschild auf jeden Fall ein Pizzaschild ne coole Fahne ein Helm blau kariert ne das UFO gefällt mir schon so ich bin erstmal der Pizzabote ok los geht's und los und los und los du bist offline verbinde mich mit dem Internet um aktuelle Dings ja klar nicht offline ja das steht immer dran Lappen dann mal Spiele eine Saison das geht ja ja es gibt es es gibt season Länge der Saison 27 Wochen ja klar ähm es sind halt 27 Spiele dann ja kann man diese Saison online spielen? ne leider nicht nicht? noch nicht ich weiß nicht auch wie das ich vielleicht später planen aber wäre nämlich nice könnte man in der Online Co-Obs spielen aber ist das Internet gerade bei euch auch so? ja das steht auch so andere Verbindungen scheiße ja das ist gerade bei mir ich verruckelkar ja ja wir sind wieder auf dem Uddel Uddel-Sau gekommen ja das ist so ein kacke Wuckel-Sauber boah ich seh nur ich werd geschubst flieg nochmal zurück Wasserkanone Marsch boah alter kann man nicht gerade lenken ja das passiert was Regenbogen Uddel-Sauber ist der nicht EU ist oder Scheiß an der Scheiß-Lage hat in EU Griechenland zum Beispiel EU Tau 1 2 3 4 Apex Apex aha weißt du mit Apex Predator was beforten? aber scheiße ist der EU sauber in Griechenland das könnt'n mir vorstellen na ja immer sind die Griechen schuld na klar natürlich die Frage nicht ich versteh die Frage nicht genau oder vielleicht früher gestohlen das selber berniii zerstört erstmal oh kacke nein du hast zerstört kann fein ups da bin ich ein bisschen zu weit geflogen Daniel ich sag ja ich bin zu weit geflogen ruch 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 ja alles verstanden siehst du wenn ich der 1.000 kunden schneller gekommen wäre dann ja ja und los boah ein Tripping sieht auch wieder das Gefühl ach geht doch 56 ja okay ist nicht das liegt am Storeball der Storeball ist geiße gerade ja und vor bam erst mal durch die Wand fliegen und rückwärts jetzt ein Tor machen oder was yo ich denke erst mal mit dem Soldier echt Soldier Boy nee Soba Soba Doi was auch immer man kann sich erkennen mach ihn au Hauptsache durch den Leck bleibt der vor dem Tor liegen erst mal kurz ne ja ne kommen wir nochmal den bleiben boom Keldi also dann habt ihr das auch mal gesehen was passiert wenn der Server scheiße ist wow nach dem Match muss er wieder lieben das kannst du ja nicht bringen ohja eines kann man was sagen das Spiel macht das mit dem Lecks besser als andere Spiele Formel 1 Formel 1 andere Spiele wenn wir mit dem Spiel Lecks bist du mal jetzt gleich ganz rausgeworfen oder es geht gar nicht mehr spielen aber hier kann man ja halbwegs spielen es ist halt etwas es ist halt nur sehr scheiße gewöhnungsbedürftig dein Auto hat der Standgas ja aber es fährt oder bei Kulat hier kommt der Pizzaguy in rückwärts Pizzaguy in rückwärts Pizzaguy in rückwärts aha ja ja ich hör die schon die ist sehr heiß ja ich hör die auch sagt sie so nur gut dass ich die Slim hab bei der bei der oh Entschuldigung Denkfehler ja es gibt nur eine Version aktuell eben Denkfehler ich war heute noch ich war noch bei der 3 ich war noch bei Sebastian Agro Baby Dr. Power Battlecast ja bei dem Spielen kein Ausstieg krass regenbogen ja ich hör das auch gerade im Hintergrund dieses das das unter dem Spielen nicht allzu lange spielen ha 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 du meinst so wie wir es tun so wie wir es tun alter der Ball wir haben Ball vorbei nein nein wie der Ball gefüllt wie der Ball gefüllt ist wie der Ball in der Luft steht wie der Ball in der Luft steht yo wie man kein Gas geben kann Solrak Solrak jawoll wo fliegt er hin man weiß es nicht du kommst nicht vorbei oh war der geil nein ah okay alles muss man selber machen yo ich flieg erstmal in den Ball rein ja der Ball hat versiegte Boden oh der ist gut der ist perfekt nice den kann man nochmal in der Replay sehen und also zack 8 9 zurzeit sind es 8 hier sind wir auch bei einer Viertelstunde bam und da fliegen sie alle und Bernd hat keinen Bock weg zu fliegen der bleibt einfach stehen aber diesmal muss man auch zeigen solche Ruckelserver gibt es ab und zu mal aber grundsätzlich gibt es auch sehr geile Matches grundsätzlich sind es warum haben wir keinen Comfycheck zu Rocket League gemacht weil wir jetzt gerade eine LP machen vielleicht das sieht uns legit kann man ja das nächste zu machen doch PIZZA GUY wir könnten einen machen zu Project Chaos vielleicht Project Chaos lag bei mir wie Sau zumindest wenn ich bremse ich finde es sehr eigenartig nur wenn ich bremse lag es bei mir wie Sau ich weiß nicht schon ein Comfycheck zu Project Chaos für Sub ja den hat Sub gemacht so ooooh da war noch einer Project Chaos ich meine äh Dings äh wie heißt es denn ah nicht Project Chaos Drive Club Drive Club ja kommen wir durcheinander mein natürlich Drive Club und Sieg da können wir da können wir und Sieg während der Ball in der Luft steht ja da kann man vielleicht mal sowas machen aber sonst schauen wir mal er blinkt so Hauptmenü er wird Twitch Flagge göttlich die Twitch Flagge jetzt blinkt er nicht mehr noch eins ja eins geht eins geht noch eins geht noch ja ein neues Server der ist ja jetzt mega scheiße ich fahr mit dem Saturn ich bin der Typ von scheiße wie hieß die wie hieß die Pizza Welt bei Toy Story nochmal oh Gott wir wären auf dieselben Server wiedergekommen 1 2 4 3 Apex stand da tatsächlich wieder dieselben Typen machen wir so ok und ok und lag und los Splatter wie hieß die Pizza Welt von Toy Story nochmal ich weiß es nicht ist ja auch egal weißt du die Rakete mit der Rakete und allem die Pizza 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 ich hab's ich hab's nicht im Kopf wo der auch so einen Saturn mit hatte und ein Pizza Dings den mach ich jetzt den Dude Pizza Pizza ich komm nicht drauf ist ja auch egal Pizza World sauber Markus musste ja so kommen nein keinen LP Part ohne achso er springt einfach nur daneben und macht ihn dann selber rein rückwärts ganz großes Kino Markus macht mir dein eigenes Tor jetzt achte mal das Tor und alle blockieren und er und Markus fährt weiter nach vor der ist noch total geflasht vom Eigentor ja wobei das hat er an FIFA ProClubs auch bewiesen dass er gerne Eigentore kann das war einmal 2 Mal 2 Mal nein 1 zumindest als Torhüter zumindest als Torhüter zumindest als Torhüter ja gut ah Bernie ah Daniel ja wie wir zu dritt so nebeneinander fahren ey das Polo nicht wie wäre das nochmal bei den Super Kickers dieser Teufels der Teufelsdreier das klingt doch so falsch ja eben schon die Kickers war eine perverse Serie gut dass die Zielgruppe äh diese Art von äh diese Art von Zweifeligkeiten noch nicht so noch nicht verstanden hat oh ja beziehungsweise noch nicht daran denkt und den mach ich nicht komm hilf mir Apex Ballkamera na fuck alle nach hinten jawohl alle nach hinten und der Ball fliegt nach vorne ja au oh der kommt gut oh da stehen so viele alle stehen da um den Ball rum wie soll so geordnetes Kombinationsspiel möglich sein richtig gar nicht oh Daniel das war scheiße ja alter Vater BAM wen kriege ich aber sch also das Spiel hat äh äh GSG crossplay anscheinend für PC und PS4 ja das heißt Kope könnte auch mitmachen müssen wir mal testen ja wenn er sich's kauft ja macht doch eh nicht das Spiel ist geil das sollte jeder haben eben also definitive Kaufempfehlung komm Marien ab jetzt noch Daniel ja ich musst versuchen BÄM erst mal den Ball mitnehmen komm schon komm schon komm schon komm schon nein 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 Ja, ja, ja. Nein, ja, nein, ja. Möööö. Ich mag die. Da, da. Nein, ja. Nein, ja, nein, ja. Nochmal in der Replay. Kelly. So, Markus, hab mal vorne mit dir. Okay. Kelly ist Kamera geil, ey. Natürlich. Ich bin die Kamera. Oh, oh. Bam. Yo, erst mal ein Doppelpass mit dem Ball gespielt. Erst mal ein Doppelpass mit dem Ball gespielt. Oder mit mir selbst. Nein. Nein, 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 nein. Bring den Ball weg. Oder block den. Bring den Ball weg. Bring den Ball weg. Boah, joh. Oder den Gegner. Oder den. Oder den Bernie. Ich denke, er ist mal an der Decke. Und hoch. Nein, nein, nein. Mööö. Was ist das hier? Das gibt's doch nicht. Doch, anscheinend. So, 20 Minuten. Wir haben gleich wieder einen ewig langen Part. Aber egal. Okay, und los. Halbe Stunde. Okay, und los. Und Vollgas. Vor allem, wie können die Parts so lang werden, wenn die Matches nur so 5 Minuten gehen. Weil die Tore auch noch 5 Minuten brauchen, um abgespielt zu werden. Okay, nicht ganz. Weil wir die Hardzeit unseres mitberechnen müssen. Richtig. Ja, gut. Aber gehen die echt so lange? Okay. Offenbar. Jetzt kommt die Next wieder. Oh, der ist gut. Gott. Verdammt. So, nochmal nach vorne, hab ich gehört. Aber nicht, wenn drei Gegner da stehen. Boah, der war. Oh, meine Nase. Na los, komm. Ihr seid alle alleine. Und ich werde weghauen. Boah, ruckel, ruckel, ruckel. Ja, das ist ein Problem. Jawoll, der Kohler hat, der Kohler hat und Daniel und ich ramme uns erstmal. Und der hüpft und hüpft und hüpft und eskaliert und hüpft und weg. Und weg. Und weg. So, alle, wirklich alle sieben stehen hier und ich guck mir das Ganze nur an. Und lass den Ball ins Zorko landen. Komm, Markus. Verdammt. Ich bleib erstmal auf dem Deck stehen. Drücke, ah, ich bin da ja auch sonst drin. Ne, ich steh gerne so. Ende. Ah, nice. So, der Pizzaguy. Ja, ich mach's noch auf Ende. Wird noch. Ah, fuck. Oh, scheiße. Damit musst du auch noch beziehen. Ist gut. Ey, ist nicht gut. Goddammit. Das ist das So oder Wieso. So oder Wieso. So oder Wieso. Bei Wien? Kommt es. Wieso? Ja, ich höre dich. Ich bin ja schließlich nicht taub oder dumm oder beides. Ich bin ja nicht so laut, die anderen schlafen schon. Goddammit. Okay, alle raus. Hm, Bobbyhelm. Bobbyhelm. Boom, boom, boom. Alle explodieren. Geile. Geiles Ende für den Part. Nichts. Na egal. Hat Bock gemacht. Auf jeden Fall. Gibt's wieder. Haut rein. Bis dann. Gibt's wieder. Gibt's wieder. Gibt's wieder. Gibt's wieder.